Ist das Rennen um die Präsidentschaft eröffnet? Jeden Tag der selbe, blöde Witz. Wie kommen Sie bloß auf so was? Gaben und mäßiges Herr Schacht. In Anbetracht des Sicherheitsaufwandes ist dies nicht nur die Versammlung der mächtigsten Staatsoberhäupter der Welt, es ist auch das am besten geschützte Ereignis auf Erden. Willkommen in London, Mr. Präsident. Was ist los? Gar nichts. Nur ein bisschen angespart. Ein Angriff. Hat heute die britische Hauptstadt erschüttert. Fünf Staatsoberhäupter der Welt sind nun tot. Eingegangen, wir sind hier auf. Der amerikanische Präsident. Sie sind derzeit vermisst. An unsere Freunde im Westen. Mark Harvey. Der sechste, meistgesuchte. Was wollen Sie? Euren Präsidenten. Das werden Sie vergessen. Dann geht von diesem Augenblick an jeder Tote. Auf Ihr Konto. Wir müssen Wacken befinden, bevor Ihr Händler sie werfen. Wir werden ihn langsam töten und es live senden. Klar, aber dafür brauchen Sie mehr ein Mensch. Lassen Sie mich zu, dass Sie mich kriegen, bevor das passiert, töten Sie mich. Das ist ein Gefehl. Lom, 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 Lom ist erst der Auftakt. Stellen Sie sich vor, wie jede Metropole im Chaos versinkt. Ihr Präsident stirbt heute nach. An jene, die unsere Freiheit verbraten. An jene, die unsere Freiheit verbraten. An jene, die unsere Freiheit verbraten. Oh mein Gott.